willkommen zurück zu lesbias the binding of isaac ja das hat das ist das stimmt gar nicht dass wir nicht haben nein das stimmt nicht wie ich nehme ich nehme ich nehme ich weiß ich will dich nehmen einfach aus dem grund der hat drei herzen und wenn denn ein dämonenraum da ist es mein herz glaube ich richtig wenn ein dämonenraum kommen sollte dann könnte ich ihnen sogar mit einem herz mehr und besser und es kann man sich meine jene ich hätte auch maggie nehmen können aber die scheiße mag die nicht auch wenn ich mit ihr das erste mal und bis jetzt auch das einzige mal satan geklatscht habe aber naja egal maggie ist trotzdem scheiße du warst du warst du warst du warst du achter trüppelt schaut auch geil einer dann geiles item am anfang ist doch immer schön ist doch die lilanen tränen und dann glücklich er ist hier so erste ebene sterben das wäre so scheiße aber ich habe das spiel seit nach einer woche nicht gespielt weil ich nehme sie beiden auf isaac immer am wochenende auf weil ich in der woche da nicht so wirklich zeit war dann nehme ich mir das halt auf so dass ich genug für eine woche und deswegen kam auch gestern kein partner hier am samstag also ich wäre mit sonntag nein gar nicht am freitag kam kam hat und wir haben jetzt samstag so und weil ich hatte nicht genug aufgenommen und dann hatte ich halt für freitag nichts mehr und ja jetzt muss ich da jetzt noch eben aufnehmen damit der wenigstens dann jetzt am sonntag noch was habt hat man das habe ich das ist richtig gesagt am freitag ging mir die videos aus samstag kamen dadurch jetzt nichts also heute nicht hat nicht gehabt oder habe ich gerade gesagt es kam gestern kein egal voll helft kein plan dafür habe ich gar nichts gebracht egal also auf jeden fall ich wicke ich verwirre mich gerade so aufs übelste selbst die brille will ich haben und ich weiß gar nicht mehr was ich sagen weil es mir jetzt auch egal kurz gesagt wir haben samstag und ich nehme jetzt auf damit am sonntag was hat weil am samstag nichts kam also heute so weg mit dem thema das hat mich verwirrt ein grüner sind die kauf fleiß interessant ach der macht doppel fliegen macht ein normaler glaube ich nicht und da kann das aber das kann glaube ich normale auch nicht erlebt trotzdem einfach weil irgendwie weiß ich doppel fliegen sind irgendwie leichter als normale fliegen wenn man so tüppel shot hatte und die sich nicht teilen okay der angriff ist scheiße den mag ich nicht kommt so unerwartet von ihm der hat überhaupt doch noch mehr herzen jetzt werde jetzt bei der dämonen ja auch der dämonenraum ja auch recht so gut gewesen ebene zwei und ich habe es außerdem weggedrückt tut mir leid ich war es nicht oh gott also die die drei hits aushalten kann ich jetzt zu bahn hätten wenn ich richtig nah dran bin okay ist eigentlich unwahrscheinlich aber rein theoretisch geht es aber diese kackhaufen ganz davor stehen und dann sind der war weg bam bam oh ich hasse das so so soll er wassach schöne karte also die räume werden echt immer anspruchsvoller die bohne da ich kein anderes space item haben nämlich natürlich mit aber an sich finde ich finde ich ist scheiße aber ich glaube ich habe das eh noch nicht gezeigt von daher warum nicht isaac was ist jr ich benutze es jetzt einfach mal nein das war cool ich bin auch schlau egal hier ist halt eigentlich einfach nur diese furzpille nur als space item ist jetzt nicht das beste nicht das schlechteste ist halt das einzige was ich hab nee ja komm du darfst sterben aber dadurch dass ich nur so am wochenende aufnehmen ist die lust dann im spiel auch viel größer weil man halt eine woche nicht gespielt hat und da hat man viel mal bock auf das spiel und ja diese lovers karte bitte umsonst eingesetzt aber vielleicht auch ist ja noch mal irgendwie ich hätte gerade noch nach einem geheimen raum gucken können auf ebene 1 aber egal das leben geht weiter hoffe ich aua böse fliegen wie schnell lädt sich denn das bündchen auf nach einem raum direkt drauf gefüllt ach du scheiße das ist da schon mal gar nicht so schlecht und ich nein den laden will ich gar nicht aber ich will nach dem geheimen raum gucken einfach mal mittendrin rein geschissen und alle sterben na sowas kann ist es gibt echt schlechtere items irgendwo muss da was drin sein was habe ich das nur für einen cent gemacht ich habe es für zwei cent gemacht gemein kann ich das eigentlich in jedem raum benutzen wenn ich in jedem raum einmal furzen kann es gar nicht so scheiße wenn man mal so überlegt naja und ich glaube diese lovers karte also die herzen davon werde ich gleich noch einsammeln ja werde ich keine ahnung wo der geheimen raum sorg als sein soll ich gucke jetzt noch mal unter moment habe ich hier nachgeguckt bei dem voll offensichtlichen raum habe ich 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 nicht glaube ich oder mach es einfach nochmal hier joo nach wo auch für drei cent habe ich jetzt keine ahnung 45 bomben verbraucht naja drei oder vier aber dadurch lohnt sich der laden der zu daher warum nicht das hat sich so gelohnt ich kann einmal in den startraum zurückkehren oh mein gott und isaac träumen von kein klopapier zu haben oh mein gott wow 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 das sind viel fliegen wow 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 chill 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 danke kann man das nein okay ich wollte es nur mal ausprobieren auch mein jetzt will ich zum robo baby dingen obwohl ich habe ja immer noch keine 15 cent aber ich habe fast 15 cent das ist ja schon mal ein anfang bäm ach ach meine bohnen hat sich ja gar nicht aufgeladen ach doof bäm äh sterbt ihr mal mal ohne scheiß ja danke oh du noch hm 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 geh erstmal wieder hoch und dann mal gucken weiß nicht irgendwie ist mein mikrofon so weiß nicht das kommt mir so nah vor wahrscheinlich weil ich einfach so lange nicht aufgenommen habe bäm jawoll alle vergiftet hallo hat alles die vergiftung weg hm 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 na keine bombe hm komm hier bäm so kack ist die bohne gar nicht wie gesagt direkt nach einem raum direkt aufgeladen einmal pro raum benutzen warum mache ich es eigentlich nicht bäm es ging fliegen auf jeden fall endgut hm endgut und ein schlüssel zu haben wäre auch endgut so einmal nach geheimen raum gucken und einmal kiste öffnen perfekt das bei euch nicht zwei schlüsse weil ich in den laden und in den schatzraum gehen möchte du 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 BÄM! Nein, nein. Wow, wow, wow. Okay, dass ich da jetzt gerade voll auf meine Tastatur gehämmert habe, sollte man gehört haben. Schon wieder. Und wenn nicht, dann ist ja gut, aber ich gehe einfach mal von aus. Wow. Nein. So. Geh weg! Oh Gott, oh Gott, da kommen Bomben raus, da kommen Bomben raus. Oh Gott, oh Gott. Nein. Oh, ne, verarschen, ey, fick dich, du. Verficktes fucking Fuck-Spiel. Fick dich, ohne Scheiß. Das kann doch nicht deren Ernst sein. Fick dich, ohne Scheiß, ey. Ach, du Scheiße. Ich will meinen Tüppel-Shot wiederhaben, aber so toll. Oh Mann, das ist so ärgerlich. Hey. Hm. 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 BÄM! BÄM! so irgendwann haben wir das jam hat das ist ja nicht so schlecht wobei ich irgendwie die bohne wieder haben will die war schon cool aber treibt mal wie auch immer ich gerade den scheiß auf einer kaputt gemacht habe aber anscheinend kann man da so durch schießen hatte und ich will das mal ausprobieren ja wie geht das anscheinend wusste ich auch noch nicht da gibt noch nicht so auch irgendwie doof am anfang kommen die ganzen fliegen gegner und da hat man noch nicht den fliegen scheiße auf und hinterher kriegt man denn irgendwann vielleicht war kommt keine fliegen mehr dann noch wenig auch und wie doof und hier sechs cent das ist doch gut nach keinen schlüssel na scheiße so schlüsse ja ich kann ja kein schlüssel mehr kriegen das scheiß hier egal sondern laden monst jetzt ist ja schon überall blut blut auf dem boden obwohl noch nichts passiert ist galileo mystery ja junge machen was anderes na komm spring nur eine runde immer wieder geil wenn man die so machen kann dass wir immer das gleiche machen schade war hundefutter war kein dämonenraum schade schade so basements bei pamm so so